Oh mein Gott, Leute, ich habe den besten Zoo-Tycoon gefunden, den es in ganz Roblox gibt. Doch bevor wir starten, like gerne das Video, abonniert diesen Kanal und schreibt in die Kommentare Hashtag EntenArmy. Ich gebe euch jetzt erstmal eine kleine Tour, denn ich habe natürlich schon ein bisschen gespielt, weil ich wollte euch jetzt nicht den ganzen Tycoon in ein Video reinpacken. Es startet alles am insane geilen Eingang, wo ihr natürlich auch alles kaufen müsst. Wie ich wiederhole mich nochmal, ich habe alles, so gut wie alles, schon gekauft, um euch eine gute Parktour präsentieren zu können. Wenn ihr diesen Tycoon noch nicht gespielt habt, dann schaltet jetzt einmal ganz kurz ab, damit ich gleich auf jeden Fall euch nicht spoilern werde. Spoiler-Warnung ist vorbei, jetzt geht's los. Wir schauen uns als erstes die Tiere an. Hier haben wir einen süßen Igel, den werdet ihr auch schon safe im tutorial sehen. Und wir haben jetzt schon gerade den ersten Notfall, ein Pandas ausgebrochen und ja, wir haben ihn auf jeden Fall gecatcht. So, kommen wir schon zum Flamingo-Gehege. Äh, ja, sind alle ganz cute die Tiere, hat auch eine echt gute Grafik, der Tycoon. Also, finde ich auf jeden Fall sehr nice. Hier auch sehr, sehr, sehr süß. Also, ich weiß nicht. Ich finde die Tiere sehr, sehr süß. Jedes Gehege hat nochmal Tipps, die ihr einsammeln könnt. Und ihr könnt euch auch für 10 Robux pro Gehege ein Auto-Collect dafür holen. Ja, würde ich euch aber nicht empfehlen. Ihr braucht die Tipps nicht unbedingt. Das sind 50 Dollar allerhöchstens, die euch da eingehen. Und das ist jetzt echt nicht so viel. Jetzt bin ich außerdem schon in die nächste Area reingelaufen. Und zwar ist das eine relativ, so, Savannen-Area, Wüsten-Area. Hier gibt es auf jeden Fall, ähm, Affen und, äh, und Kamele und, äh, und, äh, ich glaube, das ist ein, äh, Jaguar oder sowas. Und dann Elefant gibt es. Und da ist eine Giraffe. Da ist noch ein Affe. Und, äh, ja, so zieht sich das dann alles weiter durch diese ganze Savannen-Ebene. Äh, äh, wie hieß das Viech nochmal? Ich weiß nicht. Schreibt in die Kommentare, wie das Ding heißt. Ich weiß es gerade nicht. Kangaroo, let's go! Und was haben wir denn da? Noch einen kleinen Affen. Kommen wir weiter. Hier ist nochmal eine kleine Parkebene, wo ihr ganz viele nochmal von Igeln und sowas sehen könnt. Ja, diese Sachen, die ihr halt auch in der Start-Ebene holen könnt, nur noch viel, 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 viel größer. Hier seht ihr auch, die Tiere haben Hunger. Ihr müsst Fachpersonal einstellen, das sich um die Tiere kümmert. Wir retten mal eben das Kind, weil es gibt ja immer so kleine Quests, wenn ihr hier im Zoo rumläuft, werdet ihr mitkriegen. Das ist schon so kleine Quests, die ihr erledigen könnt. Jetzt seht ihr da auch riesengroß Aquarium. Im Aquarium angekommen seht ihr auch schon, da sind Fische, aber sonst gibt es hier noch nicht so viel zum Kaufen. Also hier ist noch alles leer. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verpasst habe zu kaufen, weswegen hier noch nichts. Oh Leute, wir können es einfach mal jetzt im Stream kaufen. Das heißt im Stream, wir können es in der Aufnahme einfach mal kaufen. Wir kaufen uns erstmal den Delfin. So, müssen wir ja noch erstmal die ganzen Dekorationselemente kaufen. Kaufen, Seegras, Rock, noch was, Fens, Wasser und den Delfin. So, jetzt haben wir uns direkt einen Delfin in dieser Folge gekauft. Jetzt seht ihr auch, wie das ganze Gehegebau hier funktioniert. Das könnt ihr einmal ganz rundherum machen, immer mit unterschiedlichen Tieren. Dadurch bekommt ihr immer mehr Geld in der Sekunde. Kommen wir jetzt auch schon in die Z... Nee, Welt. Sprachenlernen, Bubble. Wie zu erwarten gibt es hier Rentiere, eine gigantische Eislandschaft und natürlich Walrösser. Nicht zu vergessen auch Eisbären und Pitchies. Aber wir nun zur letzten Area. Ich zeige euch jetzt mit Absicht ganz viel nicht, damit ihr auch was zum selber angucken habt. Weil diesen ganzen Bereich überspringen wir ja einfach, weil den sollt ihr euch schön selber angucken. By the way, das ist alles am Anfang eine kleine Insel und ihr müsst die immer weiter groß ausbauen. Nun kommen wir zum Dino-Land. Hier gibt es Dinos. Wow. Und hier bin ich auch stehen geblieben. Weiter bin ich leider noch nicht gekommen. Aber wir können gerne mal in einem Livestream diesen Tycoon weiterspielen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Haut rein und schau. Leute.